Hallo und herzlich willkommen an diesem 19.08.2019. Auch heute ziehen wir wieder eine Karte aus dem Doreen-Virtu-Schutzengel-Tarot. Schauen wir mal, was uns der Tag so bringt heute. 19.08. bitte. Okay, wir haben schon was. Und zwar die 6. Fülle. Das ist die 6. Münzen. Hier steht, der Himmel öffnet seine liebevollen Arme und schüttet seine reiche Fülle über dir aus. Ein unerwartetes Geschenk ist auf dem Weg zu dir. Nimm es in Dankbarkeit und Bescheidenheit an, in dem Wissen, dass du eine Gelegenheit haben wirst, in Zukunft anderen etwas zu geben. Denke darüber nach, eventuell ehrenamtlich für eine Wohltätigkeitsorganisation tätig zu werden. Ja, das sieht für jeden von euch anders aus. Ein paar von euch werden vielleicht die Möglichkeit haben, irgendwelchen Nachbarn oder Freunden zu helfen. Definitiv ist auf jeden Fall das die Karte des Geben und Nehmens in Balance. Sehr, sehr gut. Wir sehen uns morgen, wenn es dir gefallen hat. Und ich sage Tschüss für heute.